Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Die Besetzungsaktionen der Stopfenreuterau aus Protest gegen den Bau des Donaukraftwerkes Heimburg wird beendet. Die Heimburg-Gegner planen aber eine Wiederaufnahme einer solchen Aktion, sollte mit Baumaßnahmen begonnen werden. Der niederösterreichische Arbeiterkammerpräsident Josef Hesung spricht sich für eine Einigung zwischen den politischen Parteien zur Sicherung der künftigen Energieversorgung aus. Die USA und die Sowjetunion haben ihre Vorbereitungen für die am Montag in Genf beginnenden Abrüstungsgespräche der Außenminister Schulz und Promiko abgeschlossen. Der Rückreiseverkehr der Winterurlaube hat heute voll eingesetzt. Das ist voll krank. Morgen, weiterhin kaltes Winterwetter. Äh, kaltes Winterwetter. Die Meldungen im Einzelnen. Nein, das ist ein Kopfweh. Man weiß doch, dass jede ernste Erkrankung beginnt mit Kopfweh von 5. Ich lasse einen, von zwei Viertel Wein krieg, kriegt man doch keinen Cotta. Und einen Stamperl Cognac trinkt jeder, wenn er sich den Magen verrenkt. Ach, mein Kopf. Ah, 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 mein Kopf. Cognac hat immer gesagt, ein Kater muss ausschlafen. Naja, dann werden wir eben weiter am Attersee in der alten Bauernstube hocken, obwohl sie schon sich in ihre Bestandteile auflöst. Herrgott, nochmal wirklich. Dass man diese einmalige Gelegenheit versäumen muss, Frau Sokol. Also das mit der Bauernstube, kenn ich mittlerweile nicht aus. Aber ich hab mir sonst noch was eingefallen. Was? Sie wissen noch was? Pass auf. Ja? Ich komm herein. Also bitte, ich komm ans. Ich komm herein. Ich bin mir aber neugierig. Gott, hoffentlich fällt dir was ein. Das ist ja wirklich eine zu blöde Situation. Na also, Frau Sokol, was ist? Ich bin schon da. Ich bin schon da. Nur ein bisschen Geduld, meine Frau. Ich setz mich noch her. Bitte? Danke, meine Frau. Der Herr-Sektionschef, der hat doch einen sehr guten Kreislauf, nicht? Ja. Mir ist nichts anderes bekannt. Was meinen Sie aber damit? Da weiß ich, ein Hausmittel weiß ich da. Ja? Also das verjagt jeden Kater bis in die äußersten Ecken. Na also, was ist das los? Wir setzen ihn in ein sehr heißes Heublumenbad. Aha. Und da lassen wir ihn fünf Minuten ziehen. Was? Wacken. Was heißt wacken? Schön aufwacken. Weichen. Weichen, weichen. Aufweichen. Lassen wir ihn fünf Minuten aufweichen. Und dann? Und geben immer ein heißes Wasser dazwischen dazu, dazu, dazu. Und dann tun wir ihn ganz eiskalt abbrausen. Und wenn er dann noch lebt, dann haben wir Glück gehabt. Also, liebe Frau Sogol, nein, danke. Das hat keinen Sinn. Mein Mann ist doch nicht mehr 20, um Gottes Willen. Aber er benimmt sich manchmal. Ja. Ich versuch's noch einmal. Vielleicht geht's ihm jetzt schon besser. Ja, sagen Sie, Frau, was ist mit den Möbeln? Was wollen Sie denn da? Mit den Möbeln? Ja, weil Sie gesagt haben, wo müssen Sie denn da? Ja, aber er, er muss die Möbel sehen, die neuen. Das ist doch so eine Geschichte. Entschuldigen Sie, ich bin so durcheinander. Ich hab Ihnen das gar nicht erzählt. Schauen Sie, mein Sohn, der kennt jemanden. Und der hat wieder erzählt, dass ein anderer ein Winzerhaus auflöst. Hier? Ja, und da gibt es alte Bauernmöbel, und die will der verkaufen. Und mein Mann, mein Mann versteht doch so viel von Bauernmöbeln. Er sagt immer, er ist der Einzige überhaupt, der was davon versteht. Also, der Einzige wird das schon nicht sein, aber er versteht wirklich was davon. Na, van Tinkne, Frau Sogol. Nein, 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 er muss sie sehen. Er muss sie sehen. Also, jetzt schau ich, ob's ihm besser geht, ja? Na bitte. Nein, Frau, ich wollte Sie noch was fragen. Was denn noch? Können Sie stricken? Stricken? Ja. Nein, wieso? Dann muss ich Sie enttäuschen. Also, Sie müssten wirklich am besten wissen, dass meine häuslichen Talente sehr begrenzt sind, Frau Sogol. Ich hab's geschafft. Ich bin schon die ganze Zeit ganz irritiert. Was wird da so ein Goptesliegen? Das ist der Hinterteil von einem Rücken. Also, der Rücken eigentlich. Der Rücken? Von einem Elefanten? Ja. Weil Sie das sagen. Nämlich, mir kommt das auch sehr als Ungetüm vor. Weil da kann sich doch ein normaler Mann wie ein Innertucheteil wickeln, nicht? Sagen Sie, für wen ist das bestimmt? Für den Herrn Janek. Ah? Haha, Frau Sogol. Sie stricken also Pullover für Herrn Janek? Überhaupt nicht. Ich doch nicht. Die Frau Neuberger. Ich hilf ja halt dabei. Aber Sie wissen ja, wie der Neuberger ist. Der hat zehn Kilo Wohl gekauft. Dann strickt sie einfach drauf los. Wie es halt geht, kennt sie nicht aus. Ich komm ja nicht aus. Aber jetzt, wo Sie sagen, dass das so arg ist und fast eigentlich ein Bettvorleger ist, bin ich sehr beruhigt. Ja, aber ein surrealistischer Bettvorleger mit den Farben. Auf die Farben ist die Neuberger besonders stolz. Und dann hat sie gesagt, Leger und Salopp muss er sein. Leger und Salopp ist modern. Leger, hat sie gesagt. Aha. Also wir werden dann was sagen. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Nur eines muss ich sagen. Es ist sehr erfreulich, dass die Frau Neuberger mit Herrn Janek scheinbar harmoniert. Die harmoniert so stark auf Denkende Frau, dass der Arme schon flüchtet, muss ich Ihnen sagen. Ich glaub, die Sicht in dem schon Ihren dritten Ehemann. So. Und die Vogts heißt das ganz narisch auf Denkende. Und überhaupt seit er hier so einen Strudel gebracht hat. Ich kann Ihnen sagen, da wird es in dem Haus noch was geben, wenn die zwei Männer sich wenden Denkende. Also sehen Sie, ein bisschen Blut auffrischung und sofort ist in unserem Haus was los. Ich erfahr das ja eigentlich nie. Was mach ich denn jetzt mit dem Klumpen? Ich weiß es nicht. Machen Sie einen Fußsack draus. In den Dimensionen würde das stimmen. Sie, jetzt muss ich zu meinem Mann. Es ist ja dringend. Aber ich nicht. Jesus, machen Sie auf. Ich komm gleich wieder. Ich mach auf. Fußsack. Nur für ein Nilpferd. Aber ich weiß nicht, ob Nilpferde Fußsäcke tragen müssten wir ergründen. Bitte. Fußsack. Nein, Fußsack ist ja blöd. Ich mach keinen Fußsack. Ja, grüß Gott, Herr Dr. Gröner, dass man Sie wieder mal sieht. Kommen Sie doch herein. Danke. Wie geht's Ihnen denn immer, Frau Sack? Ja, dank der Nachfrage. Ganz gut. Mein Gott, die Feiertage sind endlich vorbei. Man hat die üblichen zwei Kilo zugenommen. Jetzt muss man daran arbeiten, dass sie wieder heruntergehen. Und der Alltag hat uns wieder. Hat wieder begonnen. Ja. Wie besser könnte ich meine eigene Nachfeiertagssituation auch nicht definieren. Bitteschön, links doch auch. Darf ich? Danke. Ja. Sagen Sie, was macht denn eigentlich Ihr kleiner Satansbraten? Ja. Wart er noch immer Löscher in die Wände? Nein, nein. Das ist längst Vergangenheit. Also, der David könnte mittlerweile schon als Vorbild für gutes Benehmen gehen. Also, ich weiß nicht. Ich glaub's Ihnen nicht ganz, wenn ich's nicht direkt sehe. Dann müssen Sie mal besuchen. Hier. Gehen Sie doch eh rein, gell? Ja, wenn man mich empfängt. Ja, dickene Frau ist einen Sprung im Schlafzimmer. Beim Herrn Sektionsschiffel, der ist ein bissl marod. Na, stör ich da nicht. Na, das hätt ich Ihnen schon gesagt. Gehen Sie nur hinein. Danke Ihnen. Danke. Na also, 36,5. Das ist eine völlig normale Temperatur. Hila, 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 ich bitte dich, schrei nicht so. Wieso? Ich schrei überhaupt nicht. Aber dein Brummschädel, der registriert jedes gesprochene Wort als Schrei, liebes Kind. Also vielleicht, vielleicht werden dir deine brutalen... Was ist denn? Nicht angreifen. Nein, Herr. Vielleicht werden dir deine brutalen Worte noch einmal wehtun. Das ist ja sicher der Beginn einer Kopfkrippe, nicht wahr? Aha. Ja, du, ich habe Sehstörungen. Aber geh. Das rechte Auge, sie kreizen sich so die Augen und dann... Ja, und schwindel. Also ich darf mich überhaupt... Die kleinste Bewegung und schon... Ja? Ja, und dann brüllst du noch so. Und dann sagst du noch einen... Ich hätte einen Brummschädel. Ja, natürlich hast du einen Brummschädel. Das ist der Gipfel der Gefühllosigkeit. Aber nein, also wenn ich gefühllos bin, dann warst du gestern geschmacklos. Sag einmal, Franz. Was denn? Weißt du nicht, dass der Tommi und der Ernst dich gestern Abend ins Bett bringen mussten? So? Ja, 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 natürlich weiß ich das. Aber schau, es war eben nach dem Nachtmahl, ist mir auf einmal, ich weiß nicht wieso, es ist mir auf einmal schlecht geworden. Aber geh. Und das ist bitte, also nicht geschmacklos, das ist traurig. Das ist traurig. Also ich werde jetzt etwas sagen. Nach dem Nachtmahl warst du quitschfidel und munter. Nur übel ist dir geworden, wie du angefangen hast, die Weine zu kosten, die uns die Dolly zum Weihnachten geschickt hat. Okay, 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 die zwei Vierteln. Was? Zwei Vierteln? Ja, 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 ja. Und dann nur so zur Kur noch einen Konink. Gerät nicht so daher. Das war selbstverständlich mehr. Aber darauf kommt es doch gar nicht an, Franz. Es kommt darauf an, ob man Alkohol verträgt oder nicht. Dein ganzes Leben lang hast du Alkohol nicht angeschaut. Und jetzt glaubst du im Alter, dass du das verträgst? Und ich hab die Scherereien. So, jetzt schläft du. Na ja. Also ich seh schon, der wird mir heute die Möbel nicht anschauen können. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Herr Dr. Grünner, das ist aber eine Überraschung. Grüß Gott, ich verspreche, ich bleib nicht langweilig. Die Frau Sockel hat mir schon gesagt, dass der Herr Sektionschef krank ist. Ach, kleine Indisposition, das ist gar nicht der Rede wert. Bitte nehmen Sie Platz, was darf ich Ihnen anbieten? Danke, wirklich nichts. Aber Sie werden mir keinen Korb geben bei der Weihnachtsbäckerei. Gut, das sag ich nicht lang. Das ist nicht erlaubt, bitte. Danke sehr. Also ich war hier gerade in der Nähe von meiner früheren Frau, die wohnt ja gleich hier in der Nähe. Ja, natürlich, ich kann mich erinnern. Waren Sie zu Hause? Ja, nicht direkt, aber wie ich ja jetzt den David fürs Wochenende vorbeigebracht hab, da hat sie mir dann einen Kaffee angeboten. Aha. So, und jetzt erzählen Sie, Herr Doktor, also wie war's zu Weihnachten? Na ja, es war alles nicht ganz einfach, aber ich hab ja meinen David, Gott sei Dank. Wir waren, die ganzen Feiertage waren wir zusammen. Was? Sie waren mit dem Kind immer ganz allein? Nein, das wäre ja nicht gut für den David, wenn wir immer nur allein wären. Wir haben, also ich hab ein Abkommen mit meiner Frau getroffen und wir haben versucht, eine intakte Familie zu sein und wir haben einiges zusammen unternommen, einen schönen Spaziergang und dann waren wir auch einmal gemeinsam im Kino. Ja, ja. Ja, es ist eigentlich, es ist besser gegangen, als ich befürchtet hab. Aha, da haben Sie also viel Zeit mit Ihrer Frau verbracht. Ja, ja. Ja, seid ihr euch dadurch ein bisschen wieder näher gekommen? Ja, näher gekommen, ich weiß nicht recht. Ich bin ja immer noch nicht über die Niki hinweg. Na ja, hören Sie, das ist aber doch selbstverständlich, das kann ja gar nicht anders sein. Sie müssen mit sich selber ein bisschen Geduld haben, Herr Doktor. Wissen Sie, ein großes, echtes Gefühl, das kann man ja nicht einfach so ablegen, wie irgendein altes Kleidungsstück, das einem zu groß geworden ist. Nicht? Ja. Die Zeit, mein Lieber, die Zeit heilt alles. Wirklich, ja. Ach Gott. Na? Ja, und... Und was war noch? Wir haben halt vieles zusammen unternommen. Ja? Aber es gibt ein Problem und das hängt mit meiner Frau zusammen, weil... Also Sie haben doch gesagt, Sie kommen immer zu mir, wenn Sie Sorgen haben, schön. Also wo drückt Sie der Schuh, mein Lieber? Der Schuh drückt mich jetzt da, es ist so. Na. Der David hat jetzt, also seine ersten Ski bekommen. Und Sie können sich vorstellen, er ist total verrückt damit. Er will mit dem Schuh schon am liebsten ins Bett gehen. Aber es ist halb so schlimm, weil jetzt nächste Woche beginnt sowieso mein Winterurlaub. Und, äh, aber im September habe ich bereits Zimmer bestellt, noch mit der Niki in Karbrun. Ja? Und die Niki hat mit uns geschwärmt von diesen herrlichen Abfahrten und Rodelpartien und was weiß ich nicht alles. Aber inzwischen hat sich ja einiges geändert. Und ich glaube kaum, dass die Niki am 12. Jänner in Karbrun sein wird, um mit uns Ski zu fahren. Nein, mein Lieber, das glaube ich auch nicht. Ja, und jetzt hat der David in den letzten Tagen meiner Frau so zugesetzt, also dass sie mit uns mitfährt. Ja, und dann hat sie dem David zuliebe natürlich zugesagt und hat die Tränenströme auch nicht mehr ausgehalten. Ja, aber entschuldigen Sie schon, der David wird doch mit ihrer Frau ganz genauso gerne Ski laufen als mit der Niki. Und wahrscheinlich noch lieber, entschuldigen Sie. Ja, bitte. Obwohl der David die Niki sehr vermisst hat. Aber das Problem wird jetzt sein, also ich befürchte, dass der David jetzt die neue Familienidylle, die neue alte Familienidylle mit Gewalt wird einfach festhalten wollen. Ja, das glaube ich auch. Das ist aber doch auch sehr verständlich. Jedes Kind möchte Vater und Mutter gleichzeitig immer bei sich haben. Ja. Ganz klar. Und das Problem ist, ich möchte vermeiden, dass er sich zu große Illusionen macht. Und... Jetzt vermasseln Sie dem Buben nicht den Urlaub. Bitte, tun Sie es nicht. Glauben Sie mir. Ja, wie soll ich ihm... Schauen Sie, sie ist ganz einfach. Sie sagen ihm einfach, also die Mami geht zwar mit ihm Skilaufen, aber sie wird dann nachher, wenn das Skilaufen zu Ende ist, wird sie nicht in die Wohnung kommen. Das müssen Sie ihm sagen. Ja, glauben Sie, dass er das auch so ganz einfach verstehen wird? Ja, selbstverständlich versteht er das. Sie, wir unterschätzen die Kinder. Die sind viel vernünftiger und viel sensibler als wir glauben. Ja. Und wenn Sie ihm das sehr, sehr lieb sagen, dann glaubt das ich mir auch. Oh, ganz bestimmt. Hoffentlich. Hoffentlich. Ah ja, das weiß ich. Ich weiß das aus Erfahrung. Wissen Sie, wir haben doch jetzt den... Entschuldigen Sie, war so kärisch. Wir haben doch jetzt den Stiefbruder von der Niki, den Oliver. Und bei dem machen wir dieselbe Erfahrung fast täglich. Richtig, der kleine Brasilianer, der muss ja längst da sein. Ist er auch. Durch meine Probleme in den letzten Monaten habe ich das total vergessen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, bringen Sie doch einmal Ihren Buben zum Spielen zu uns. Ja, wahnsinnig gern, unverschämt wie ich bin. Ja, aber Sie sind überhaupt nicht unverschämt. Doch, doch, denn ich nehme jetzt sofort die Gelegenheit, was Sie zu bitten, ob der David am nächsten Mittwoch kommen kann, um 4 Uhr. Ja, ich bin in einer riesigen Verlegenheit. Ich habe eine Monstersitzung, Ende nie. Ja. Und mir wäre geholfen und der David würde sich freuen, wenn er hier spielen könnte und nicht daheim bei meiner nicht allzu sonnigen Bedienerin auf mich warten möchte. Also, lieber Herr Doktor, das ist bereits bewilligt. Selbstverständlich. Nur muss ich Sie bitten, entweder ist Oliver hier oder er ist unten bei meiner Schwiegertochter. Also Sie müssen sich die Mühe machen und müssen an beiden Türen klingeln. Gut, ich klingel im ganzen Haus. Fahre ich sehr gerne. Und die ganze Zeit habe ich überlegt, wer hier wohl mit der Autobahn spielt. Ja. Ich war fest davon überzeugt, dass das hier gattet. Manchmal tütert er das auch. Ja, ich weiß, wie besitzergreifend so eine Autobahn sein kann. Oh ja. Und deswegen hat der David bisher auch noch keine bekommen. Weil Sie sagen besitzergreifend, das ist nämlich der Grund, warum diese Autobahn einmal hier oben und einmal unten bei meiner Schwiegertochter aufgebaut wird. Denn wir alle miteinander brauchen doch hier und da wirklich Ruhe, wissen Sie? Und mein Tommi, der hat schon ein großes, kann schon sehr, sehr gut aufbauen, abbauen, aufbauen, aufbauen. Das hat eine tolle Methode wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Das glaube ich gern, dass der Tommi das kann. Oh, Sie bekommen Besuch? Nein, ich nicht, aber vielleicht die Frau Sokol. Ich glaube, das wird die Frau Neuberger sein. Geht uns nichts an. Ich will Sie trotzdem nicht länger aufhalten, aber von Ihrem Angebot, mit David zum Spielen zu kommen, da mache ich sicher bald Gebrauch. Dann tun Sie das auf jeden. Gerne. Und darf ich es einmal selber ausprobieren? Aber natürlich, kommen Sie, ich mache es mit Ihnen. Ja, jeder eins. Nehmen wir ihn hier. Ja. Und jetzt. Oh, guck. Ah, Ihre ist umgefallen. Ihre ist umgefallen. Meiner läuft noch. Der geht noch. Ja, und was ist? Moment. Sehen Sie, jetzt haben wir was falsch gemacht. Jetzt ist es. Wie können wir das? Ja, Herr Guido. Ja, sag einmal, wie schaust denn du aus? In was ist denn der reingefallen? So ein Pech. Komm rein. Die Backwärme will die Elben füttern, rutscht aus, glitschig und bums, in Gaatsch. Da, schau dich. Hier. Na, jetzt, die Stiefel. Hier. Beide Stiefeln, die ist dreckig. Ja, ist dreckig. In Gaatsch ist er voll. Am gescheitesten war es, man setzt die ganz in die Badewanne und die abbrausen, aber es geht ja heute nicht. Warum nicht? Ja, weil da müsste man durch Schlafzimmer und das wäre nicht so gut. Eva, ich verstehe schon, geht es ihm noch immer nicht besser? Er hat sich jedenfalls bisher noch nicht blicken lassen. Aber weißt du was, wir gehen jetzt in die Küche, da haben wir auch Wasser und Seife. Herr Guido, sie legen ja dabei ab. Ja, ja, ich bin, ich helfe Ihnen dann bei der Restaurierung. Wo ist denn meine Schwägerin? Jetzt ist ein bisschen schwer. Die Hilla, wo ist die Hilla? Die ist da drinnen beim Dr. Gröner. Der Dr. Gröner, den gibt es auch noch. Ja, hat der noch nicht genug von unserer Familie? Dich glaubt nicht, so schnell kriegt der nicht genug. Oli, pass auf, Handtl musst du hin. So. Herr Doktor, wann immer Sie Sorgen haben, kommen Sie zu uns. Gerne, gerne. Versprechen Sie mir das. Ich verspreche das. Ich danke Ihnen. Und mir geht es immer gleich viel besser, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe. Das freut mich. Und ich rufe ganz sicher nächste Woche an. Tun Sie das, alles Gute. Ich danke Ihnen, alles Gute und liebe Grüße an Ihren Mann. Danke, bitte schön. Und gute Besserung. Ja, wir haben es ausgelöst. Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt möchte ich doch sehen, ob es mir gelingt, den Franz aus dem Bett zu holen. Das wäre doch gelacht. Es wäre doch gelacht, wenn ich das nicht was für mich bin. da ist nichts zu machen. Da ist ein Telefon, Autobahn. Und du rufst, sehr gut. Komm her, ich sag dir, was du machst. Du rufst an und sagst, es ist etwas passiert und sie sollen einen Überfallswagen oder Reparatur oder was. Und wir probieren das noch mal. Tu es aufbauen, ja. Welches ist deines? Das gelbe? Das rote und das blaue. Du bist ja ein reicher Mensch. Lauter Oldtimer. Wunderbar. Also, jetzt geht's wieder los. Moment. Da ist das drauf. Da hast du das. Das gibt's eine. Ja. Gibt's eine. In die Rille. Komm her. Komm her. Oh. Libert. Gib's eine. Gib's eine. Komm. Moment. Ja, ja. Moment. Moment. Das kann auch jeder so. So, und jetzt drücken wir. Oh, weiter geht's schon. Du, der dreht sich. Das ist ein, das ist ein Rennbahnautomat. Frau Sokol. Ja, auch nicht, Frau. Ich riskier's. Was riskieren Sie den Knefra? Ich fahre nach Sivering. Schau mir die Möbeln an. Mit meinem Mann kann ich nicht rechnen. Geht's ihm noch immer so schlecht? Das weiß ich nicht. Der schläft. Und der schläft so, dass ich, glaube ich, nicht einmal ein Erdbeben könnte ihn wecken. Na, das ist aber allerbesten. Und er büselt sich seinen Kater hinweg. Sagen Sie mal, der Guido spielt da drinnen mit dem Oliver und so versunken, dass die beiden mich nicht einmal gehört haben. Wann sind denn die gekommen? Na, vorhin erst. Die waren im Park miteinander. Sieht, dieser Guido, der ist wirklich ein idealer Babysitter. Sehr ideal. Das ist unglaublich. Wenn er bei dem Kind ist, dann ist überhaupt alles in Ordnung. Ja, völlig in Ordnung. Er hat eben viel bessere Nerven als die Elfie oder der Ernstl. Ja, das muss man wirklich sagen. Sagen Sie mal, was putzen Sie da herum? Der hat so gute Nerven, dass der kleine paar Mal in den Gatsch gefahren ist. Ach so. Ja. Frau Sochel, ich muss jetzt gehen. Ich werde mich sehr beeilen und bin bald wieder da. Ja? Bitte, Kneffra. Na, zeig. Da putzen Sie nur eine Stunde. So. Na, wunderbar. Ja, auf der Autobahn. Da fährt ein gelber Schwamm. Er fährt nicht mehr. Zusammen gestoßen ist er so. Eine große Kalamität. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt bleibt das. Ja. Du gibst das rein. Ja. Na, essen kannst du das nicht. Nee, der liegt da im Magen. Oh, lieber. Mach das nicht. Und da her. Jetzt gibst du das da hin. So. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt eine Sirene. Das ist der Wagen von der Gendarmerie. Und jetzt fahren wir. Fahren wir. Ruck. Wunderbar. Umgefallen ist er. Ohnmächtig geworden. Ja. Oder hat er keinen Benzin mehr? Ich geb ihm einen Schliewowitz vielleicht vor der Dummy. So, jetzt kommst du. So. Ich blicke. Ah. Ah. Gar nix. Ah. Ah. Hin ist er. Komm. Du. Kannst du's? Na? Und jetzt? Ja, jetzt schon. Du, das hat keinen Zweck. Das ist ja furchtbar. Hab ich das ruiniert? Oder du? Ich glaub, ich hab das ruiniert. Ja, ja. Der hat eine Angst vor dir. Du, der hat eine Angst. Also. Mhm. Weißt du, ein Pullover wird das nie. Aber wenn man's einnäht, wird's vielleicht ein Schlafrock für den Neuberg. Na, zeig. Ja. Natürlich, wenn man in diesem Haus künstlerisch arbeitet, wird man dauernd unterbrochen. Das fassert da. Schönen guten Nachmittag, liebe Frau Sock... Nein, ich eh. Warum starrn Sie mich an, so wie ein Welch? Erkennen Sie mich nicht? Ich bin's. Der liebe Heinzi. Der liebe Heinzi. Mein Einnehmen des Äußeres müsste Ihnen doch schon vertraut sein, liebe Frau Sockl. Erstens nicht Sockl, sondern Sockl. Und zweitens, ich bin heut nicht heiß. Auf ein vertrautes oder ein bekanntes Gesicht und dafür Gesicht, muss ich überhaupt sagen. Können Sie nicht verstehen, dass man einmal am Samstag Nachmittag seine Ruhe haben will? Aber liebe Frau Sockl. Ja. Niemand versteht besser als ich, nicht, dass Sie Ruhe brauchen. Ja, so schauen Sie aus. Was sagen Sie, was ist mit Ihrem sprichwörtlichen Charme, mit Ihrer Liebenswürdigkeit, mit der Sie mich sonst immer so in reichem Maße zu überschütten pflegen, nicht? Heute haben Sie mehr so nach einem Uhr wie ein Kreuzspin, wenn ausgeweißend wird. Ja. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich halte Sie auch gar nicht lang auf. Ich möchte nur fünf Minuten den Herrn des Hauses sprechen. Ich nehme nicht einmal einen Kaffee von Ihnen heute. So, dass Sie es wissen, weil Sie so grauslich zu mir sind. Ach, das war ein Wink mit dem Vorschlaghammer. Nichts, aber der Herr Sektionschef, der ist nicht zu sprechen, der schlaft. Ja, der schlaft. Es ist aber sehr schlecht, dass der schlaft. Es geht nämlich um Folgendes. Wissen Sie, liebe Frau Sockl, der Herr Sektionschef hat sich bei uns vor einigen Wochen einige Bücher ausgeborgt. Und die brauche ich dringend, weil wir heute Inventur machen. Machen Sie die Inventur halt später. Oh Gott, ist das eine rührende Einfalt. Machen Sie die Inventur später. Am 2. Jänner haben wir sie nicht machen können. Da hat der Ernstl gesagt, am 3. Jänner hat die Christine keine Zeit gehabt. Gestern ging's auch nicht. Also heute ist wirklich der späteste Termin für diese... Schauen Sie, liebe Frau Sockl, lassen Sie mich doch nicht hier stehen und winzeln wie wie ein Hund. Passt ihn aber gut. Nicht bitte. Sehen Sie so nicht. Irgendjemand wird doch in dem Haus sein, der mir die 4 Birchen gehen kann. Oder ich geh zu Herrn Sektionschef ins Arbeitsziel. Nein, dann bitte Sie gehen nicht hin. Bitte gehen Sie nicht hin, Herr Hals. Schauen Sie, der Herr Guido ist drin und der spielt so lirrt mit dem Oliver. Und wenn Sie reingegangen, ist wieder der Teufel los. Kommen Sie meinetwegen in die Kuchel, ne? Da. Setzen Sie nachher. Und wenn dann der Herr Guido nach der Jausen schreit, dann können Sie einig. Ich meine, ich wollte Sie hier gar nicht aufhalten. Aber? Frau Sockl, richtig? Also... Verzeihen Sie. Nein, nein, Frau Sockl. Bitte, es ist so. Eigentlich müsste ich natürlich in der Firma anrufen. Warum müssen Sie anrufen? Weil mir mein Wärter Zompern ja nie im Leben glauben wird, dass Sie mich hier mit Kaffee und Peregrine-Kipferl vergewaltigen, während er und die Christine im Schweiß ihres Angesichtes durch den Bücherstaub warten. Ja. Ha! Aha. Jetzt verordnen Sie mich offenbar auch noch dunkelhaft. Sowas Blödes jetzt hat der Herr Guido... Wo ist denn mein Feuerzeuger? Da, ich seh schon. Der hat anscheinend einen kurzen g'macht da drin mit der Autobahn. Oh! 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 Ein Irrsinn! Eine Idiotie! Ein Sofa! Sofa vor der Durchreiche stellen! Frau Sockl! Wo sind Sie? Ich bin hier, Herr Guido. Ja, ich glaub, es ist ein kleines Malheur passiert. Wir haben einen kurzen Grüßen. Sie haben es genau. Wie haben Sie denn das wieder beraten? Wir haben ein paar Schienen angeschlossen. Können Sie Sicherungen auswechseln? Hör mal, für Verehrung. Ja. Ich bin's, der Heinz Windeck. Ah, wie ein Schatten. Ich kann Ihre edlen Züge nicht ganz ausnehmen. Jetzt geht's. Servus. Na, ist ja auch Glück, dass Sie da sind. Sie kennen das ja sicher. Keine Beleidigung. Viel besser als die Frau Sockl. Unruh. Wechselst die Sicherungen aus. Na, selbstverständlich. Ich mein, wie so oft hätte ich mich wieder einmal als äußerst nützlich für die Familie. Ein Utilisator. Ja, das ist. Liebe Frau Sockl, jetzt geben Sie mir eine Sicherung. Und dann bitte sagen Sie mir, wo das Sicherungskastel ist. Der Sicherungskastel ist im Flurzimmer, aber die Sicherung. Ja, sicher. Alter, die wissen Sie nicht, wo sie sind? Ja, ich weiß natürlich, wo die sind. Natürlich weiß ich es, aber jetzt im Moment. Im Moment. Das ist sehr fein. Die Ordnung hält in seinem Leben nicht. Aber ich mein, ich hätte vielleicht eine Lösung. Ja. Sagen Sie es schon. In einem Haus, wo so liebe Leute wohnen. Danke. Sie brennen. Keine Komplimente. Sicher auch, dass Christkindern einen nach ihm benannten Baum gebracht haben. Einen sogenannten Christbaum. Ja. Und vielleicht könnte man von jenem Christbaum ein oder zwei Kerzeln herunternehmen, um die allgemeine Dunkelheit etwas aufzuhellen. Der ganze Opa. Unseren Christbaum werden wir erst morgen anräumen. Aber Kerzeln, die haben wir sowieso. Ich bin bis morgen halt im Finstern sitzen, bis der Christbaum anräumt ist. Was ist? Haben Sie die Sicherungen? Heinz, sprechen Sie ein Machtwort. Ich sprech kein Machtwort. Herr Guldow, geben Sie ein bissl Ruhe und warten Sie die Sicherung an die Suche. Die werden da irgendwo sein. Mir brennt schon der Daumen und ich stehe eh gleich in Flammen. Ein bissl. Der Daumen steht in Flammen? Ja, gleich. Ein bissl an Geduld. So. Geduld haben wir. Sie macht das ja sehr geschickt. So. Na ja. Herr Guldow, nehmen Sie dabei die Kerzeln. Wir werden schon schauen, wo die Sicherung und das alles ist. Geht in Ordnung. Bitte schön. Jawohl. Wir bitten darum. Sie machen es. Danke vielmals. Ja. Wunderbar. So gehen wir die. Also ich muss sagen, diese Candle-Light-Beleuchtung hier ist wirklich so von einer nachweihnachtlichen schönen Romantik. Aber ich mein, eine Dauerlösung ist das auch keine, Frau Sockner. Wenn ich nur wisst, wo diese Deppertensicherungen sind. Vielleicht hat der Herr Sektionschef im Nachkastel oder unter dem Kopfpolster. Ich weiß. Liebe Frau, bepudeln Sie sich wieder herunter. Ich mein, es wird doch irgendjemand in diesem Haus geben, der nicht nur Sicherungen besitzt, sondern auch weiß, wo sie sind. Hat sein Sofra... Schauen Sie, Ihrem berühmten Charme kann doch kein Mensch widerstehen. Vielleicht setzen Sie Ihre Hinterpratzen in Bewegung und gehen zur Frau Neuberg oder zum Dr. Holmann. Zum Beispiel der Holmann. Der ist doch so ein benibler, korrekter Mann. Ich bin überzeugt, dass der genau weiß, wo seine Sicherungen sind. Also, dämpfen Sie Ihren Schick aus und auf, nicht? Machen Sie sich auf die Jagd nach Sicherungen. Äh, das bleibt mir nichts anderes übrig. Aber ich hab eine Idee. Der Neuberger hat da ein Zelt gestrickt. Da wird es sehen, wie viel ich gearbeitet habe. Da wird es mir doch eine Sicherung geboren. Ich komm gleich wieder, ja? Das ist fein, liebe Frau Sockner. Ich bleibe inzwischen hier als Hüterin des Herdes und werde versuchen, jede Panik zu vermeiden. Oliver, Ruhe, Geduld, gleich kommt die Frau Socknerl. Was bringt Sie mit, die edle Frau? Sicherungen? Ja, und was machen wir spielen? Aber was anderes, ja. Nämlich, ich spiel überhaupt nichts mehr. Wirklich. Ein Mords-Hunger. Hast du einen Hunger? Na bitte. Was soll ich machen? Oliver? Na Möti, wo bist denn? Du, du, melde dich, ja? Ich seh ja deine Augen funkeln, die Panter-Augenfunkeln. Wo bist denn? Dass sie nicht die Pan... Na, Oliver, jetzt is wirklich zu blöd. Es wird nicht rumgespielt, kein Versteckerl spülen, ja? Entschuldigung, bitte, bitte. Ich möcht Sie nicht in Ihrem Monolog stören, lieber Herr Lassitz. Wieso? Monolog? Ich bin doch nicht beim Theater. Der Oliver, der Lauser, hat sich versteckt und Möti nicht und will mich pflanzen. Aber den freu ich ihm nicht. Ich suche nicht. Oliver! Wehe! Dem! Der! Und du weißt schon. Also, soweit ich da mit meinem Funsel ausmachen kann, da ist er nicht. Er muss sich ein besseres Versteck ausgesucht haben. Oliver! Oliver! Möti nicht. Wo ist denn? Vielleicht schauen Sie doch mal. Schauen Sie doch. Vielleicht ist er im Arbeitszimmer. Der Oliver Pflanzen. Oliver! 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 Komm, Oliver, komm raus! Oliver! Komm raus da! Oliver! Und die autoritären Erziehungstheorien über den Haufen und die eine über den Hintern! Eva! Und wehe dir! Wenn du weißt, komm raus! Also, lieber Herr Guida, da ist auch nix! Ja, aber wieso denn? Die... Haha! Wunderbar! Zufrieden! Das ist ja toll! Wie haben Sie das gemacht, Frau Sokol? Das hab ich ganz einfach gemacht. Ich bin zu der Neuberger gegangen, hab eine Sicherung auspackt und hab's eingeschrafen. Ja, wir haben glaubt... Ein Genie, diese Frau. Ein Genie, aber wir haben glaubt... Der Oliver! Wo ist der Oliver? Wieso? Ist er da raus? Fragen Sie mich das? Er war die ganze Zeit hier im Zimmer. Er war hier, aber er ist nicht mehr hier, Frau Sokol! Na, wo ist er denn da? Wieso? Was fragen Sie mich das? Ah, Sie wissen doch, wie gern der Verstecker... Ausgeschlossen, ich war die ganze Zeit im Zimmer, aber er ist weder hier... ... noch im Arbeitszimmer drin... Ah, das kann sein, der hat sich vielleicht im Klo versteckt. Ah, das... Im Klo, das ist eine Idee! Eine Möglichkeit! Nein, im Klo ist er auch nicht! Liebe Frau Sokol! Ja? Pflegen Sie eigentlich immer die Tür sperrangelweit offen zu lassen, wenn Sie eine Wohnung betreten oder verlassen? Nein, wieso eigentlich? Warum? Weil ich die Tür in diesem Zustand vorgefunden habe. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach war die Tür genauso sperrangelweit offen, wie Sie rüber zur Frau Neuburger sind. Das waren doch nur die zwei Minuten, wo man die Sicherung auspuckt... Sokol, nur die zwei Minuten? In einem Bruchteil dieser Zeit sind schon Kinder gekidnappt worden. Segen Sie, spinnen Sie! Ja, aber das ist aber nett, dass du zu mir gekommen bist, Oliver. Tut noch... tut noch dein Bauch weh? Du, mein Bauch tut überhaupt nicht mehr weh. Außerdem hat mir der Kopf mehr weh getan als der Bauch, aber ist ganz egal. Na, was machen wir jetzt, Oliver? Lest mir eine Geschichte vor. Ich lese dir eine Geschichte vor, ja? Hast du ein Buch mit? Ah ja, die da... Ja, das hat ja sowas sehr schön. Was ist denn das für... Ein Moment, muss ich aber erst mal Brille suchen, weißt? Weil, wie ich so jung war wie du, hab ich auch noch ohne Brille lesen können. Aber jetzt geht das ohne Brille nicht mehr. Aber mit Brille geht das Tadl. Na, geht auch nicht. Die falsche Brille. Ja, hast du gleich bemerkt, dass die falsche Brille ist? Ja, das ist die falsche Brille. Jetzt werden wir mal schauen, wo die echt sehen ist. Ich kann sehen. Was kannst du? Ich kann sehen. Du kannst was? Sehen kann ich sehen. Ah, du kannst sehen. Ja, sehen kann ich auch. Zum Glück, ja, ja. Aber, weißt, das ist meine geheime Tasche. In der Tasche hab ich alles drinnen, was ich so zum täglichen Leben brauch. Zum Beispiel auch die Lesebrille. So. Mit der Lesebrille geht das natürlich sofort. Na, ich sag... Ärgern dich auch die Sachen so, wenn sie sich so widersetzen? Ich hab das gar nicht gern. Aber bitte, die Sachen kümmern sich nicht drum. So. Jetzt können wir lesen. Jetzt können wir lesen. Was haben wir denn da? Wir haben Minna Lacks und Angelika Kaufmann. Was raschelt da im Bauernhof? Na, was wird da im Bauernhof rascheln? Es war einmal eine kleine gelbe Henne, die sich immer fürchtete. Besonders fürchtete sich, wenn sie allein war. Eines Nachts wachte sie erschrocken auf. Was raschelte denn da draußen vor der Tür? Ich fürchte mich nachzuschauen, sagte die kleine gelbe Henne zu sich selbst. Am Ende ist es eine Maus. Und vor Mäusen fürchte ich mich ganz besonders. Ich wecke lieber den Hahn. Der ist stärker als ich. Soll der Hahn einmal nachsehen. Also schlich die kleine gelbe Henne zum anderen Ende des Hühnerstalls und dort weckte sie den Hahn. Siehst du, da sind auch schöne Bilder dazu. Wach auf, flüsterte sie. Ich höre jemanden draußen vor der Tür. Gewiss ist es eine Ratte. Oho, sagte der Hahn. Nein, 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 nein. Da rufen wir lieber den Truthahn. Der ist größer als ich. Soll der Truthahn einmal nachschauen. Also schlichen die kleine gelbe Henne und der Hahn zur Hintertür hinaus und liefen zu dem Verschlag, in dem der Truthahn schlief. Mach auf, sagte der Hahn. Es schleicht jemand im Hühnerhof herum. Gewiss ist es ein Igel. Oho, sagte der Truthahn. Also da rufen wir lieber den Hasen herbei. Er ist älter als ich. Stehe ich das Kaffeekränzchen? Oder vielleicht einen Spieltrieb, Heinz? Stehe ich den? Entschuldigt Sie, ich bin ein bissl nervös. Ich bin ein bissl gereizt. Das gebe ich ohne weiteres zu. Aber das ist ja ungeheuerlich. Stellt euch das einmal vor. Inventur. Wisst ihr, was das heißt? Inventur? Das Unterste wird nach oben gekehrt. Hinter jedem Reklampüchel bin ich her. Was tut mein Kompagnon? Er seilt sich ab. Er seilt sich ab unter einem fadenscheinigen Vorwand. Wahrscheinlich will er... Na ja, so ist er. Egal. Es ist ungeheuerlich. Es ist ungeheuerlich. Er ist nicht auffindbar. Er zockt hier herum, während wir, die gute Christine und ich, während wir uns plagen. Wir schuften, verstehst du, in Ventur. Und er ist nicht da. Er ist verschwunden. Echtig? Bitte, das ist doch wirklich... Der nahende Vollmond wirft seine Schatten voran. Was? Wieso? Darf ich deine Wahnsinns-Arie kurz unterbrechen, lieber Zomper? Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Ich ärger mich nämlich. Wahnsinnig werde ich vor lauter Wut. Warum bin ich nicht selber hierher gegangen? Wärst du doch gegangen, lieber. Nein. Du bist ja gekommen. Ich hätte die Bücher abholen sollen von meinem Vater. Aber was tust du? Du drängst dich ja förmlich auf, hierher zu gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Eisenbahn muss er spielen. Das ist keine Eisenbahn. Das ist eine Autobahn. Bitte schau hin. Das hat es in deiner Jugend vielleicht noch nicht gegeben, aber... Nein. Das könnte schon werden. Ich kann schauen, wer es sich hört. In meiner Jugend hat es nicht gegeben. Einen Moment. Darf ich auch einmal ein Wörter sagen, dass ich dran komme? Entschuldige, Guter. Entschuldige, dass ich esse. Servus. Ich habe eine Nachricht für dich. Die Sache ist nämlich die. Entsetzlich. Ja, es ist schrecklich. Ja, ja, ja. Es ist sowohl entsetzlich als auch schrecklich. Schrecklich nämlich insofern, als man sich in diesen Zeiten, auf seinen besten Freund nicht mehr verlassen kann. Aber, Herr Ernst, ich versuch dir doch zu erklären, was... Bitte, bitte, bitte. Ich bin hier ein... Sehr viel. Es ist nämlich für Sie, Herr Ernst. Was? Das Fräulein Christine ist dran, sie sucht was. Sie sucht was? Ja. Natürlich sucht sie was. Sie sucht immer was. Weil mein Kompagnon ist verabseimt, die Akten abzulegen. Nicht? Ja. Hoppla. Vorsicht. Sucht sie ihm. Ja, ja. Ich hab schon kein mehr. Dass du nichts zustosst. Also... Ich trau mich nicht, ihm zu sagen, dass der Buck verschwunden ist. Der bringt uns nach der Reihe alle miteinander um. Klar. Ja, ich seh, es bleibt natürlich wieder bei mir hängen. Wie alles in diesem Haus. Also gut. Ich nehm auch das noch auf mich. Ja, keine Nervosität, Christina. Ich bitte Sie. Ruhig blut, Christine. Ja. Ich versprech's Ihnen. Ich komm sofort zurück, sobald ich kann. Ja. Aber natürlich den Heinz bring ich auch mit. Das ist doch ganz klar. Ich bring ihn mit, falls er es nicht vorzieht, hierzubleiben und mit der Autobahn zu spielen. Was? Nein, nein. Ich mach keine Witze. Oh, wenn Sie wüssten. Nach Witzen ist mir überhaupt nicht zumute. Also gut. Jetzt hören Sie zu. Christine, passen Sie auf. Sie wollten doch wissen, wo die Kiste mit den gewissen Büchern ist. Nicht wahr? Also, wenn Sie mich reden lassen, dann sag ich's Ihnen jetzt. Im Magazin ist diese Kiste mit den gewissen Büchern. Im Magazin hinten links. Hinten links. Ja. Aber Sie brauchen sich überhaupt nicht aufreden, Christine. Die Sache ist gar nicht mehr wichtig. Seit das Buch nicht mehr verboten ist, kümmert sich eh kein Mensch mehr. Ja. Ja. Ich versprech's Ihnen. Ich komme dann sofort. Ja. Bitte schön. So. Und jetzt habe bitte die Güte. Gib mir... Ah, du wirst nicht reden. Du wirst nicht hören, was ich dir sag. Nein. Eben. Vielleicht auch diesen, nicht wahr? Und nun. Die berühmten drei Offen. Ja, eben. Pass auf. Du, bitte. Gib mir die Bücher, die du von meinem Vater zu holen hast. Oder holen wolltest. Und dann kommst du sofort mit mir ins das Geschäft. Ich werd ja sehr verbunden. Lieber Ernst, auf die Gefahren, dass es dich jetzt zerreißt. Ich habe die Bücher nicht. Du hast sie nicht? Nein, ich habe sie nicht. Du fährst nur zum Spielen. Ja. Du fährst nur zum Spielen. Bitte, Herr Ernst. Also, ich muss wirklich, obwohl ich es ungern tue, dem Herrn Heinz in die Seite treten. Weil es ist nämlich wirklich meine Schuld. Ich habe ihn nicht hereingelassen. Warum? Weil es ja dem Herrn Baban schlecht gegangen ist. Eben, was? Mein Bruder. Er ist schlecht gegangen? Ja. Ja, sehr schlecht. Und wie geht's ihm jetzt? Na, er hat sich nicht gerührt. 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 Nö, Zinn. Ich begreif euch nicht. Ich möchte wirklich wissen, was habt ihr die ganze Zeit gemacht? So einen ruhigen Samstagnachmittagkatt hier in diesem Haus ja überhaupt noch nicht gegeben. Und keiner von euch kommt, der auf die Idee hineinzuschauen, wie es dem alten Mann, dem Alman, da drinnen geht. Auf diese Idee kommt's ja nicht. Das ist unglaublich. Aber ich komm auf die Idee. Ich mach das jetzt. Ich schau. Der haut sie um. Ich schau jetzt hinein. Na, Servus. Jetzt haben wir ihn auf. Den Scherben. Der Bauern, der ist klüger als ich. Soll der Bauer einmal nachschauen. Also liefen die kleine gelbe Henne, der Hahn, der Truthahn, der Hase und der Hund so leise sie konnten hinüber zum Bauernhaus. Mach auf, Bauer, und komm schnell heraus, sagte der Hund. Ein großer brauner Bär ist in unserem Hof. Man kann ihn trampeln und brummern hören. Hallo. Grüß dich. Entschuldige, dass ich dich stört. Servus. Servus. Ernst du? Wie kommst denn du da? Hast du Temperatur? Nein, aber nein. Mir fällt überhaupt gar nix. Wer erzählst du denn solche Geschichten? Servus Oliver. Die da draußen haben gesagt, dir geht's nicht gut. Wer sind denn die da draußen? Ja, die Sokol und der Heinz und der Gude haben gesagt, es geht dir nicht gut, jetzt war ich in Sorge. Nein. Du sitzt dich schon und da tust du vorlesen. Nein, aber warum soll ich nicht vorlesen? Mir fällt ja nix im Hals. Mir hat ein bisschen was, ja, ein bisschen klein im Kopf, aber nicht recht. Hast du dich verkühlt oder was war das jetzt? Ein Meckerzer, Kackazer oder was? Gehustet. Gehustet. Sehr schwierig, sehr schwierig. Am liebsten steht er ja mit dem Kopf am Bett. Der Oliver? Ja, siehst du. Zeig, zeig. Gehst du? Aha, wunderbar. Hab ich doch gewusst. Ja, da geht's dem wenigstens gut. Ja, da bin ich aber wirklich froh, dass alles in Ordnung ist. Na komm, willst du dich noch ein bisschen wieder raufspringen? Oliver, komm, spring einmal wieder herauf. Komm her. Damit dich der Papa auch sieht. Komm her. Eine schöne Hechtrolle jetzt, oder wie? Na, fabelhaft Wunderbar. Er wär für Rodeo auch sehr geeignet. Schau zum Beispiel, ich glaub nicht, dass da jemand auf dieses Pferd sich draufsetzen könnte, wenn das Pferd so kommt. Die Mama wird ja wahnsinnig, wenn sie dich da so herumtoben sieht. Aber dieses Herumtoben macht mich wieder gesund. Warum musst du gehen? Wir haben Inventur. Ich bin so nervös heute. Ich hab den Heinz jetzt so angefahren, es ist zu blöd. Weil ich hab ihm gesagt, er soll die Bücher holen, die ich dir geborgt hab. Verstehst du? Du, das kann ja gar nicht schaden, was den Heinz einmal anfällt. Welche Bücher? Die ich dir geborgt hab. Ich brauch sie wegen der Inventur, du kriegst sie dann wieder zurück. Und die Christine wartet. Na, wenn's ja einen Moment Geduld ist, weiß ich dir die Titel der Bücher sagen, musst du ja die Bücher selber hineinlegen. Ja, also wenn ich mich gedulden soll, dann zieh ich mir aber wirklich den Mantel aus. Aber zieh dir den Mantel aus. Ich weiß ja überhaupt nicht, warum du dich da so anziehst wie für eine Polarexpedition. Ja, hör einmal Polarexpedition. Weißt du, dass es in Wien heute dieselbe Temperatur hat wie in Moskau? Aber okay. Wenn du die Zeitung gelesen hast, dann... Ja, wenn du mir jetzt noch verrattst, was für eine Temperatur in Moskau hat. Nur dieselbe wie in Wien. Das ist gut. Und für heute Nacht werden im Wald- und Mühlviertel Temperaturen bis minus 25 Grad erhöht. Minus? Da ist endlich einmal erfrischend. Nicht wahr ist diese Hitze denn? Ja, na ja, für dich ist das natürlich eine herrliche Temperatur. Mal schauen, wie dich der Bub schon gern hat. Na ja, wir sind ja heute Freien schon, wird's. Ja, ja, ja. Du, der wird dich bald so um einen Finger wickeln wie einstmals deine Tinerl. Und die haben die ja alle um einen Finger wickeln. Na, niemand. Mich hat noch niemand an einen Finger wickeln. Ja, ja, ja. Dem wird das auch nicht gelingen, diesen Lauser hier. Das glaub ich schon. Na, der wird sehr bald, wird dich der seasonisch schauen. Na, bitte. Wunderbar. Stell dir vor, wenn der Opa das jetzt auch macht, dann schlaft sie heute Nacht auf Matratzen. Schau. Schau. Sie wissen, dass ein einzig unangenehm ist, dass das Kind so schüchtern ist. Ja. Ja. Aber wir können schon auflocken, ein bissl, gell? Wenn's ein bissl lebhaft mehr, etwas ja leichter. Aber so. Es hat nichts, um sich dazu zu bewegen. Mach dich dazu zu bewegen. Jetzt kommen wir zur Elfie hin. Da hörst du? Ja. Ja, da wird die Elfie über eine Freude. Ja. Na ja, dann wird er... Jetzt kommt er noch in die Bade. Ja, die Glocke hat halt einen ruhigen Nachmittag. Ja.